Ein paar Münzen für einen Veteran? Das ist doch nicht zu viel verlangt. Durch unseren Sieg über Ulfric bei Weißlauf haben wir die Loyalität des Jarl gefestigt. Vielleicht verlieren die Sturmmäntel bald endgültig den Mut für ihre kleine Rebellion. Ich befördere euch zum Questor. Nehmt diese Klinge. Ein Symbol für eure neue Position und Verantwortung. Ich werde eure Karriere im Auge behalten. Das Kaiserreich belohnt außergewöhnliche Leistungen. Und so halte ich das auch. Es wäre eine Verschwendung, euch als normalen Soldaten einzusetzen. Ich habe spezielle Pläne für euch. So nützt ihr mir mehr und seid flexibler einsetzbar. Begebt euch zu unserem versteckten Militärlager in Pail. Rika hat wichtige Aufgaben für euch und braucht eure Hilfe bei unserer Rückeroberung der Hauptstadt. Für den Kaiser. Für den Kaiser. wichtig 높gewöhnliche Leistungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020